5, 4, 3, 2, 1 wenn ihr mal dran denkt, wie er vorher ausgesehen hat der hat so verranzt ausgesehen aber ich glaube jetzt hat der so richtig gesicht ich drehe ihn euch mal so ein bisschen ich glaube das ist schon richtig geil leider sieht man das Giftgrün jetzt nicht so richtig weil es nicht ganz so wirklich hell ist weil ich euch den Fokus mit dem Licht zeigen wollte also den Fokus wollte ich aufs Licht lenken, sagen wir mal so aber ich würde sagen der sieht doch richtig geil aus und freut euch auf das nächste Video bei Dämmerung oder bei Nacht danke fürs Zusehen, eine schöne Woche noch und Peace Leute folgt uns auf Instagram oder kommt uns in der Facebook Gruppe besuchen rcfreaks.de danke fürs Zusehen, euer Mon G.S.D bis zum nächsten Mal